Von diesem jungen Mann hier könnten wir alle eine Menge lernen, denn unser... Rüdiger! Gut, Rüdiger! Liebe Mullen, liebe Kasper, schön, dass ihr wieder da seid auf meinem Kanal. Ich hab euch schon richtig vermisst. Heute bei Drachenlord Classic schauen wir uns Vlog 114 bis 118 an. Reini hat Ärger mit seiner Community, sie wollen ihn wieder nicht ganz verstehen und genauso hat er auch wieder Probleme mit anderen YouTubern. Aber da gehen wir gleich ins Detail. Okay, wir schauen bei Winklers Liste wieder einen Zusammenschnitt. Das Ganze auf 11 Minuten, das bei 5 Vlogs. Ich hoffe trotzdem, dass da nicht nur von Reini Quantität rausgehauen wurde, sondern auch Qualität. Aber ich würde sagen, wir gehen rein und überzeugen uns von dem, was jetzt da ist. Reini, du hast das Wort. Heute sind wir mitten im Livestream während des Vlogs, weil ich heute anders möglich keine Zeit habe. Es ist ja schon der Wahnsinn. Zwei Arbeiten gleichzeitig. Das ist so ein fleißiger Mensch. Der Hammer. Eine Sekunde, ich muss kurz den neuen Song ansagen für die Leute im Stream. Wir haben jetzt gerade Chakra laufen, also die Band heißt Chakra. Er will mich doch jetzt veräppeln. Er versucht doch jetzt nicht beides gleichzeitig aufzunehmen, damit jetzt die Leute, die den Livestream angucken, dann genau denselben Inhalten nochmal haben im Vlog, oder? Song selbst heißt Something you don't understand. Es schaut auch nicht jeder meine Streams. Deswegen ist es auch ganz sinnvoll, wenn ich ab und zu mal einen... Es ist richtig, aber es sollte eigentlich gar keine deiner Streams schauen, außerhalb bei Reuploadern. Live streamen oder einen Vlog mache. Auch wenn ich live streame, dann weiß man auch, ich streame auch live. Mitgliedschaften und so weiter gibt es auch. Abstimmungen ist das nicht richtig. Ihr könnt da quasi einen Kommentar schreiben mit einem Spiel von Steam, maximal 250. Das, was die meisten Likes hat, hole ich mir dann das Spiel und dann werde mir das am Sonntag etwa eine halbe, dreiviertel Stunde zocken. Zählen die Hater-Likes mit oder entfernst du dann wieder Likes nach eigenem Gutdünken, weil du meinst, das war ein Hater und suchst dir einfach nur das Spiel aus am Ende, was du am liebsten spielen wolltest? Ich frage für einen Freund. Stream Caption sagt hier gerade jemand. Stream für die Tonne. Wenn das Stream für die Tonne ist, dann haue ich dich in die Tonne. Gut. Das ist Fan-Management. Das passt nicht, die Leute sind nicht zufrieden, dann sind es die falschen Zuschauer. Weg damit. Hau dran. 72 Stunden später. Das war schon der ganze Vlog. Er hat uns jetzt einfach einen Ausschnitt aus seiner Live-Übertragung sehen lassen. Das war ja jetzt nicht wirklich inhaltsvoll. Ich habe jetzt nicht verstanden, was er an den Tag über macht. Er hat wieder nur Werbung gemacht für sein tolles Spiele-Konzept. Billige Steam-Spiele für maximal 2,50 Euro, die keiner sehen will. Äh, ich weiß noch nicht, wie das weitergeht. Die nächsten Wochen werden für mich ziemlich stressig. Also heute wollen wir eigentlich ja eine Abstimmung machen. Dabei ist er ja Stress so gewohnt. Er hat ja quasi immer Stress. Ich denke, ab nächster Woche wird es die nicht mehr geben. Äh, weil ich das zur Zeit nicht schaffe. Äh, äh. Und anscheinend haben viele das Prinzip noch nicht verstanden von dem System, von dem Spiel. Viele beschweren sich, warum nur 2 Euro oder 2,50? Ähm, und so weiter. Ja, Rainer muss gucken, wo er mit seinem Geld bleibt. Er hat ja schon viel, äh, an die A gespendet. Ähm, und, äh, ja. Er wird noch hohe Ausgaben haben. Am Ende, ähm, wird auch nicht genug übrig sein. Ich spoiler da jetzt schon mal. Es wird wieder auf Schulden herauslaufen. Habe ich jetzt mindestens im Gefühl. Geht nicht unbedingt um den Preis als solches, äh, sondern es geht eher um die Tatsache, dass es ein Trash-Game sein soll. Es soll, es soll ein Spiel sein, äh, wie, keine Ahnung, Mountain Simulator. Ein Spiel wie Schneckensimulator. Ein Spiel wie, ähm, ne... Ich kenne keins dieser Spiele, aber es hört sich auch ziemlich langweilig an. Also, keine Ahnung, was ein Schneckensimulator sein soll, aber... Ich weiß nicht, ob da deine Fan-Basis richtig draufsteht, Rainer, ne? Da könntest du einen Fehler machen. Poop in my soup, soll irgendein Schwachsinn sein. Ähm, ähm, ich meine, die erste Abstimmung hat super hingehauen. Ähm, ähm, genau das Genre getroffen. Es sieht übrigens ziemlich komisch aus, wenn man das Headset so auf den Kopf trägt. Willst du das nicht mal richtig aufsetzen oder einfach abnehmen oder um den Hals? Naja gut, ähm, ja, vergiss es. Leg's doch einfach ab, es sieht so komisch aus. Aber die letzten zwei Abstimmungen oder die letzten drei Abstimmungen, jedes Mal kommen dann die Leute mit, oh ja, spiel doch mal Killing Floor. Ihr solltet euch mal über das Spiel informieren, bevor ihr... Das ist wieder dieses typische Kindergartenverhalten, wo Leute... Ich glaub, du hast das Memen nicht verstanden. Du hast auch das ganze Game nicht verstanden. Es geht den Leuten, glaub ich, nicht um Killing Floor selbst, sondern um deine schöne, sympathische Art. Leute wieder Parolen an die Wand schmieren und keine Ahnung haben, was die Parolen bedeuten. Ähm, und es geht... Ach, glaub mal, die Leute kennen das. Die Leute wissen, äh, was dieses Memen mit Killing Floor ist. Das ist so verbreitet. Es gibt dann auch Leute, die sagen, ja, spiel doch SSS Creed oder spiel doch Dark Souls oder sowas. Ja, genau. Das ist, äh, Content, mit dem du erfolgreich sein könntest. Richtige Spiele spielen, die keine Kinderspiele sind und die Leute können dir dann beim Versagen zugucken, weil du komplett überfordert bist. Das wäre ein Konzept mit Zukunft. Das sind alles keine Trash-Games. Äh, nein. Das ist richtig. Aber anscheinend haben die keinen, äh, haben die Leute keinen Bock auf Trash. Ich meine, das ist ja schon Trash genug normalerweise bei dir. Weil ich mich damit rumquellen soll. Außerdem fragen dann alle so, äh, ja, du verdienst doch mittlerweile so viel, du verdienst doch Tausende von Euro. Äh, was... Das wirst du später auch öfters nochmal erwähnen, dass du sehr viel Geld mit YouTube gemacht hättest, dass du zu dieser Zeit mehrere Tausend Euro, ich meine, gut, du hast dann irgendwas erzählt von dreistellig oder sonst irgendwas. Du wolltest wahrscheinlich behaupten, irgendwie um die 3.000 Euro, äh, naja, fast. Wird dir irgendwann vielleicht mal jemand erklären, was dreistellig dann bedeutet. Naja, später. Warum machst du da für 2,50 Euro ein Spiel? Äh, es ist bewusst ein Spiel, was nur so eine Preisklasse hat. Es geht nicht um den Preis, sondern es geht um den Trash-Faktor. Außerdem, stell dir mal vor, ich würde jede Woche ein Spiel für... Oder jede Woche am Sonntag ein Spiel für 50 Euro kaufen. Oder auch nur für 20 Euro. Wie viel Kohle habe ich dann am Ende vom Monat rausgehauen? Nur für... Ja, reinig. Jetzt müsste man wissen, wie viele Sonntage ein Monat hat. Und dann müsste man auch noch zwei Zahlen multiplizieren können. Und ich glaube, wir sind hier jetzt schon wieder am Limit angekommen. Für Spiele, die ich vielleicht nur eine halbe Stunde zocke. Und außerdem sind das keine Trash-Games. Man kriegt für 20 Euro kein Trash-Game im Normalfall. Ähm, es ist Fakt, dass Trash-Game das Thema ist und nicht irgendwas anderes. Ähm, da die Absch... Ich habe irgendwie das Gefühl, deine Compunity findet den Vorschlag einfach nicht gut. Aber du, es ist deine Idee, du willst das machen. Und deswegen wird das auch durchgezogen. Stimmung mehr oder weniger sinnlos ist, weil nahezu jeder Kommentar irgendein Bullshit ist. Und ich habe jetzt bestimmt schon 200 Kommentare gelöscht. Ähm, würde ich wahrscheinlich hergehen... Das war mein Ofen, Entschuldigung. Würde ich wahrscheinlich hergehen und einfach ein eigenes Spiel nehmen. Ähm... Steht der Ofen neben seinem Schreibtisch, neben seinen in Anführungszeichen. Ihr könnt das nicht sehen, aber ich mache gerade Gänsefüßchen. Arbeitsplatz. Will er sich gar nicht mehr bewegen. Kommt jetzt bald auch noch die Dusche neben, äh, neben seinen Arbeitsplatz, damit er nicht auch aufs Klo gehen kann. Äh, ohne den Raum zu verlassen. Also, der Hammer. Äh, dann würde ich das Spiel mit euch zusammen spielen. Aber ich habe so ein paar, äh, mir ist gerade noch ein anderes gekommen. Und, ähm, dann würde ich das einfach zocken. Ähm, ähm, äh, lasst mich überlegen, wann macht man das? Das Video muss ich jetzt hochladen, 15 Minuten. Das will ich nach dem Video erst machen. Sagen wir mal um 14 Uhr. Äh, 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 ich höre schon die ganze Zeit nebenbei Musik. Ähm, bis dann. Day 2. Erstmal, äh, also ich dachte, wenn Rainer sich kämpft, sieht das besser aus. Aber das ist ja jetzt, oh mein Gott. Ne, alles abschneiden da oben, Raini. Und hör auf, dich zu rasieren. Nimm so einen Rasierer mit Abstand und, äh, wo du mindestens nochmal 3 cm übrig lässt. Also, Babyface Rainer ist absolut nicht angenehm anzuschauen. Und du solltest vielleicht mal deine Kamera richtig ausrichten. Du hast einen Greenscreen hinter dir. Du benutzt ihn zwar nicht. Du hast ihn auch nicht richtig aufgehängt. Aber es wirkt noch professionell, wenn du einfach den Halben drauf hast. Von Zelda. Ähm, äh, kurzer Vlog. Es ist nicht wirklich viel zu erzählen eigentlich. Ähm, Dragon Monday wird heute ausfahren. Und auch die... Och nein. Schon wieder. Der Dragon Monday fällt aus. Dabei fällt er ja nie aus. Die nächsten Monate. Ähm, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ich muss erst mal schauen, wie ich das anstelle. Weil, äh, Umzug steht bevor. Das, äh, die Vorbilderinnen dafür stehen bevor. Äh, Raini, du hast so gut wie nichts gemacht. Du hast einige wenige Tage was weggebracht in dein Lager. Aber das meiste hast du einfach drin gelassen in deinem Haus. Hast dich nicht darum gekümmert. Sondern hast, äh, geschaut, dass die Abriss- und Entsorgungsfirma das am Ende macht. Weil du dafür zu faul warst. Wir haben jetzt auch schon wieder das 15.49 Uhr. Also fast 16 Uhr. Äh, Stream. Nimm doch mal die Hand vom Mund weg. Dann versteht man dich vielleicht auch, du Profi. Niemann werde ich heute auch nicht. Mir ist heute nicht danach. Ähm, die... Ja, das ist auch immer hart. Also ich kenne das auch. Arbeiten. Och, und dann ist einem einfach nicht danach. Dann rufe ich meinen Chef an. Sagt dem, ach, mir ist heute nicht danach. Und dann sagt er, ja, ist okay. Wenn das so ist, ähm, brauchst du morgen auch nicht kommen. Und übermorgen auch nicht. Man kennt das Spiel. Die, äh, anderen Sachen, was aktuell so bei mir anstehen, sind alle Sachen, die ich nicht wirklich veröffentlichen kann. Ich hatte eigentlich vor, noch ein Meinungsvideo zu machen. Das würde heute auch ausfallen, weil ich wirklich absolut keine Lust habe, irgendwas aufzunehmen in dem Moment. Ja, so versteht Reini seinen Beruf. Ich habe keine Lust. So heißt, es kommt nichts. Pech gehabt. Mit dem ganzen Her und Her. Ich bin schon den ganzen Tag hier am Aufräumen. Und muss mich auf jeden Fall noch ein bisschen drum kümmern. Und ich habe jetzt vorhin mir, äh, Müllsäcke gekauft, dass ich endlich mal den Rest hier einräumen kann. Die Flaschen alle mal zusammenräumen kann, dass ich die mal abgeben kann. In meine Klamotten schmeiße ich alle, äh, mal in Säcke, dass ich die dann alle mitnehmen kann, wenn ich weggebe. Ähm, äh, alles, was ich so mitnehme an Sachen, kommt erst mal in Müllsäcke oder in eine Kiste. Müllsäcke passt wahrscheinlich ganz gut, weil das meiste liegt einfach irgendwo rum, ist völlig ranzig und kann wahrscheinlich auch weggeschmissen werden. Wir wissen ja, wie zum Beispiel deine Popcornmaschine aussah und sowas. Die hättest du nicht mehr einlagern müssen. Wenn du solche Sachen nicht sauber machst, wer soll die denn jemals wieder benutzen? Das ist auch absolut ekelhaft. Und, äh, wird dann alles schon mal zwischengelagert in einem Raum, hier im Haus. Alles, äh, was ich noch bis dahin benötige, bis ich umziehe, äh, wird alles schon mal soweit sauber gemacht und auch mal bereitgestellt. Oder im Fall der Anlage, des Computers und so weiter, mache ich erst dann natürlich nichts in die Richtung. Äh, mein neues Auto, habe ich ja gesagt, will ich mir Anfang, Ende, Ende Oktober, Anfang November kaufen. Das steht im Moment noch aus, weil ich das Geld noch nicht bekommen habe. Äh, freue ich mich darüber schon mal. Genau. Da ist schon die Überlegung, wie kann ich Geld zum Fenster rauswerfen. Die blaue Knutschkugel. Der babyblaue Fort Ranger. Also eine wesentlich schlechtere Entscheidung hättest du nicht treffen können, was du mit dem Geld davon machst. Ähm, jetzt merke ich gerade, dass ich Bauchschmerzen kriege und zwar ziemlich übel gerade. Äh, ich... Oh, warum tut das jetzt so weh? Tschö, tschö. Day three. Das war auch wie ein schönes Ende. Das hätte man nicht rausschneiden können, oder? Metal, Leute. Toll. Äh, ähm, wirklich. Möchtest du jetzt wirklich das Video damit beginnen, dass du an einem Pickel rumfummelst? Du bezeichnest dich selbst als YouTube-Profi. Vielleicht schneidest du das raus, aber da habe ich wahrscheinlich einfach nicht genug Erfahrung. Ich bin halt selbst kein Profi. Ich bin so ein komischer Reaction-Dulli. Ich würde mich halt nicht filmen. Ich meine, ihr seht mich eh nur als kleine gelbe Figur. Dass, wenn ich mich schon online präsentiere, ich meine Würde dabei behalten möchte. Viel ist jetzt nicht passiert. Äh, ich habe halt weiterhin ein bisschen was im Haus gemacht. Ich habe ein bisschen nach Wohnungen geschaut, tatsächlich auch. Ähm, mit meinem aktuellen Budget, was ich mir so ungefähr leisten kann. Äh, dass ich mir irgendwo eine Wohnung miete. Eigentlich ist das ja nicht geplant. Jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Nach eigenen Angaben hättest du ungefähr 4.000, 3.000, 4.000 Euro zu dieser Zeit verdient. Für das Haus. Minus, äh, Abriss, Entsorgung von deinem Krempel, der da drin blieb. Plus Tilgung der Schulden wären noch 50.000 Euro übergeblieben. Da hättest du eine ganze Menge mit machen können. Und das wäre wesentlich cleverer gewesen, als das, was du gemacht hast. Ich habe ein bisschen so umgeguckt, ein bisschen geschaut, so in den Gebiet, in dem ich, in das ich ziehen möchte. Äh, was ich so Preis-Leistungs-Verhältnis zahlen kann, mit dem ich schon so bereit bin zu zahlen. Ähm, natürlich ist das Problem, dass ich mich halt damit auch nur auskenne. Äh. Ja, du kannst doch deine Kumpels fragen. Du hast doch so viele Taschenkumpels. Für jeden Fall. Aber komischerweise wollen dir die nie helfen. Das ist, äh, skurril. Ähm, äh, äh, ich werde das Zehn-Jahres-Special ausfallen lassen. Ähm, das hat viele Gründe. Ja, weil es nichts zu feiern gibt. Das ist traurig, aber es ist so. Und dann hat's den Grund, dass ich ja offensichtlich auf YouTube nicht willkommen bin. Äh, das wird der YouTube noch ziemlich deutlich klar machen, dass du nicht willkommen bist. Du bist eine Person non grata auf YouTube. Und auch auf einigen anderen Plattformen. Und auch bei einigen anderen YouTubern. Bei vielen YouTubern. Das sehe ich anhand von anderen YouTubern, anderen Streamern. Das sehe ich aber auch von, anhand der, anhand der Teil der Community. Nicht an allen natürlich, sondern an ein paar. Ähm, und ich finde nicht, dass es irgendwie einen Grund gibt, das zu feiern, dass ich jetzt seit zehn Jahren auf YouTube bin. Vielleicht werde ich trotzdem einen Stream machen. Einen ganz normalen Stream, dann aber jetzt nichts irgendwie Besonderes. Äh, 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 es wird auch nichts Besonderes geben. Keine Videos, keine Streams. Na gut, was Besonderes wäre ja auch Arbeit. Das ist ja eh schwierig. Das ist keine Musik. Nichts. Äh, ähm, kommen mir auf YouTube nicht willkommen vor. Äh, ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es auch schade, vor allem in Bezug auf meine Kollegen, äh, anderen YouTuber und so weiter. Also das finde ich jetzt auch schon, ist eine sehr merkwürdige Aussage. Deine Kollegen auf YouTube. Ich kenne jetzt keinen YouTuber, der dich als seinen Kollegen bezeichnen würde. Ich frage mich jetzt, wen du meinst. Meinst du Menschen wie Excel zum Beispiel oder Tanzverbot oder Ofenkäse und Anidegger und Rocksau? Ich glaube, die würden lieber geile kotzen, als dass sie von dir Kollege genannt werden. Dass da halt wirklich gar keinerlei Resonanz kam. Ähm, nicht mal irgendwas im Hintergrund. Also man sieht zum Beispiel von Herrn Newstime. Ja, wahrscheinlich haben die dich mittlerweile alle geblockt, weil du die entweder, äh, zu spammst, denen auf den Keks geht oder die alle schon mal beleidigt hast. Er zieht sich gerne an meinen Sachen hoch, äh, und versucht seine eigene Reichweite dadurch zu steigern, dass er über mich berichtet. Äh, und bricht... Das, äh, behauptet Rainer ja sehr, sehr gerne. Dass gerade größere YouTuber, ähm, versuchen halt, Reichweite mit Rainer aufzubauen. Das ist natürlich völliger Unsinn, aber wenn man ein kompletter Narzisst ist, sieht man das wahrscheinlich so. Ich denke auch immer nur über Negatives, nicht über Positives, weil das Negative ja weit mehr Furore macht. Äh... Ja, und es ist auch einfacher, wenn nämlich ein YouTuber gar nichts Positives bringt, kann man auch nicht über das Positive berichten. Das ist nun mal... Physik. Äh, das gleiche gilt auch für Unge, für Tanzverbot, für Excel95, für Google... Ja, all diese winzigen YouTuber, die sich versuchen, an dir hochzuziehen. Du machst dich etwas lächerlich mit dieser Aussage. Und für all die anderen Reaktor, äh, dann haben wir noch den Hank Loser, der... Sind das alles Reaktor? Also, einige davon sind doch, äh, selbst Streamer machen irgendwie Gameplay oder sowas. Ich kenne, also ich kenne davon nicht alle, aber sowas wie Gronkh, der macht doch zwischendurch mal vielleicht eine Reaction, aber es ist doch nicht sein, äh, sein Hauptcontent. Seinen ganzen Kanal darauf aufgebaut hat, meinen Kanal zu reacten, ähm... Ja, aber der hat, glaube ich, auch mehrere, ähm, Kanäle. Der macht doch auch irgendwas mit diesem Outdoor-Zeugs, wenn was, äh, gerade passiert. Er hat seinen Schalke-Kanal, all sowas, also... Es dreht sich nicht alles nur um dich in dieser Welt, Reini. Ja, es ist auch nur ein Bone-Clicks-Ab-Klatsch. Ähm... Ist ja traurig, wenn Leute einen immer nachmachen oder versuchen, immer einen nachzumachen oder immer versuchen, äh, mit dem Content anderer Leute Geld zu scheffeln. Ich habe auch ein, zwei Reacts gemacht, ähm... Ja, die werde ich auch auf jeden Fall mal besprechen, weil da hat man wirklich Reinis wahren Charakter gesehen. Was er für ein Mensch ist und, ähm, wie er andere sieht und, ja, wie er diese behandelt. Und, ja, das werden wir uns im Detail anschauen. Also nicht ganz unschuldig, aber man muss dazu sagen, zum einen habe ich das gemacht, weil wirklich viele Zuschauer gemacht haben, Ja, mach mal Reacts, was... Ja, und die haben halt gesehen, du kannst das nicht und beleidigst einfach nur andere Menschen. Und das fanden sie wahrscheinlich ganz amüsant. Was habe ich da groß gemacht? Also, äh, pff, der Gurkensohn ist halt ein sichtlicher Lutsche gewesen. Der Gurkensohn ist ein Lutsche. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ist das jetzt die Schlussfolgerung der Reaction oder war es die Grundlage dafür, dass du ihn so siehst? Ja, das sind deine Kollegen anscheinend, über die du gerade so redest, nicht wahr? Ähm, das Hand zu Boden, der Excel, braucht man nicht drüber reden, sind beides ebenfalls Lutsche. Äh... Auch Lutsche in deinen Augen. Und du wunderst dich, dass nach zehn Jahren YouTube kein Schwein mehr was mit dir zu tun haben will? Ich finde das nicht verwunderlich. Ähm, ich meine, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich mit dir ein Video mache, äh, hier zu deinem Jubiläum, ähm, ich weiß nicht, auf welchem, ähm, YouTube-Kanal das ausgestrahlt werden sollte, weil ich glaube nicht, dass YouTube sich hier haben will, äh, aber ich würde mich auch weigern. Ich stelle dann auf der Seite von Tanzverbot und Excel. Ähm, weil man schon ein bisschen normaler miteinander geredet hat, außerhalb von YouTube auch. Viele sagen ja zu mir immer, YouTube-Star, sehe ich nicht. Ähm... Ähm, da stößt es mir jedes Mal sauer auf und ich dann an die Personen denke, die das YouTube-Star bezogen und bezeichne. Ja, da bist du nämlich richtig sauer. Du würdest nämlich auch gerne als YouTube-Star bezeichnet werden. Und du wärst genauso gerne so groß und so berühmt wie diese Leute. Aber du machst halt nichts dafür. Alles... Du hast ja nicht mal Lust, deinen eigenen Content zu machen. Du hast es ja gerade gesagt. Nee, fällt aus, kein Bock. Ja. Selber schuld. Also, wenn ich mir so viel Mühe auf der Arbeit geben würde, ähm, würde ich wahrscheinlich da auch nicht in einer guten Position sitzen. Sagen wir es mal einfach so. ...werden. Ähm, weiß ich nicht. Ein typischer Griff ins Klo aus meiner Sicht, weil es jedes Mal so dieses typische, im Internet benehmen wir uns wie Könige und so voll angenehm und ne, und... Oh ja, den grüßen, den grüßen, den grüßen. Und wenn man dann privat mit denen zu tun hat oder privat mit denen redet oder sich unterhält, dann merkt man halt, wie hochgestochen die unglaublich sind. Also, das ist... Reini, du hast die angeschrieben und hast die zugespampt, ähm, mit zig Nachrichten in der Minute, äh, dass sie sich doch bei dir melden sollen, weil du halt deren Reichweite nutzen wolltest. Das, was du denen gerade vorhältst, was du gerade wieder mal spiegelst. Und natürlich wollten die das nicht. Die kennen dich doch überhaupt nicht wirklich. Und dann kommst du da hin und bettelst um Aufmerksamkeit. Das ist... Ja, was erwartest du denn? Ähm, das gab es nur mit mehreren Personen. Ich nenne jetzt keine Namen dazu, sonst hast du... Sie wissen das doch. Onki Gronkh zum Beispiel, Unge zum Beispiel, äh, Alplabli oder wie der heißt hier, den du auch nicht aussprechen kannst. Habe ich gar nicht. Ähm, es gab Ausnahmen. Aber im Normalfall war die Ausnahme, dass es Leute waren, die sich vernünftig verhalten haben. Und das waren wirklich wenige Ausnahmen von denen. Was heißt denn vernünftig verhalten? Die haben dich einfach ignoriert, so gut es ging. Mittlerweile, äh, haben sie das ja komplett aufgegeben. Man sieht ja, was Gronkh von dir hält. Er macht sich nur noch über dich lustig. Von den, äh, 30 Leuten, die ich kenne, die YouTube machen und auch erfolgreich YouTube machen, äh, bin ich vielleicht mit drei Leuten ausgekommen. Das ist nicht gerade viel. Ja, bist mit denen ausgekommen. Mittlerweile kommst du auch mit denen nicht mehr aus. Denn auf kurz oder lang dreht dir jeder den Rücken zu, weil dich keiner aushält. Frag doch mal deine Schwester oder deine Mutter. Ach ja, die wollen auch nichts mit dir zu tun haben. Frag mal deinen Nachbarn. Ja, die wollen auch nichts mit dir zu tun haben. Außer die Schweighöfer. Die scheint ja wirklich ein Mitleid mit dir zu haben. Ähm, ich hab wieder voll Pickel überall, ne? Ja, das ist total interessant, Reini. Das musst du uns unbedingt erzählen. So wird man auch übrigens ein großer YouTube-Star, wenn man allen von ihren Pickeln erzählt. Deswegen rasiere ich mich nicht, weil ich überall Pickel habe. Wie, wie, du rasierst dich nicht? Du hast dich gerade rasiert. Ich habe doch gesagt, du sollst es lassen. Sieht furchtbar aus. Du sollst mit dieser komischen Frisur. Bach. Äh, ich sag, Special würde es keins geben. Es würde einen Stream geben, aber ich weiß noch nicht, ob ich streame oder nicht. Deswegen entscheide ich spontan. Und tschö, tschö. Day 4. Gestern kam wieder mal kein Vlog. Ähm, wusste aber auch gar nicht, über was ich reden soll. Beziehungsweise heute. Das ist echt spannend. Ähm, der ganze Tag. Ein kompletter Tag. Er ist ein... Er ist... Er sieht sich ja als beruflich selbstständig. Und er hat keine Ahnung, was er über einen kompletten Tag sagen soll. Aber das ist halt, wenn man den ganzen Tag nur in der Bude sitzt, nur am Zocken ist, sonst noch am Futtern, sich irgendwas bestellt. Ja, und das andere, was er macht, äh, wollte ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil sonst müsste ich hier eine Altersbeschränkung draufpacken. Es kam kein Vlog, das ist für mich noch heute. Äh, ja, passt mal auf Folgendes. Ähm, äh, am Donnerstag, heute müsste es Donnerstag sein, ähm, geht es wieder ganz normal weiter mit, äh, Videos und Streams. Ähm, äh, auf YouTube, natürlich. Ähm, das einzige Problem, was ich jetzt gerade noch habe, ist, was ich streamen soll. Warte mal kurz. Mal kurz deine Kamera vorbeischauen. Ähm. Was du streamen sollst, das ist, du könntest deine Community fragen. Das wäre die weniger kreative Lösung, würde aber vielleicht den Kontakt zur Community etwas fördern, obwohl deine Community dir ja nicht unbedingt gewogen ist. Ähm, eine Alternative wäre es sich selber was zu überlegen. Du bist Gamer, du könntest vielleicht raus in die Natur gehen, ähm, du könntest mal wieder Sport machen, du könntest dann mit zwei Fliegen mit einer Klappe quasi schlagen, was für deine Gesundheit tun und gleichzeitig Content produzieren. Ähm, das ist ja bei mir quasi auch so, also jetzt nicht mit Gesundheit und, äh, Arbeit, wie es Rainer sieht, sondern bei mir mit irgendwie Videos machen und trotzdem Spaß mit der Freizeit haben, weil für mich ist das nur ein Hobby. Rainer, du sagst, das ist dein Job. Und wenn man einen Job hat, dann sollte man den irgendwie ernst nehmen und irgendwie auch wissen, was man da macht. Drei Spiele, die ich spielen könnte. Äh, ja, was ist denn das hier schon da für eine Scheiße? Äh, ich hätte jetzt sogar noch ein Viertespiel, äh, Chunky Art Simulator. Da ist man wohl irgendwie ein Schrittplatzhändler und muss irgendwie, pff, keine Ahnung, irgendwie an der Stadt oder so immer Dinger holen. Aber es ist... Man muss an der Stadt Dinger holen. Gut, man könnte das Spiel vielleicht auch vorher mal anspielen, um das auszutesten, ob das überhaupt, äh, Potenzial hat, damit man es gut streamen kann, dass es interessant ist für die Community. Oder man macht irgendwas, wo man nicht weiß, was auch immer, völlig egal, Ding halt. Gut, Raini macht halt Ding. Wie immer. Simulatoren sind für mich immer so eine Sache, die kann ich immer anzocken, die kann ich dann immer privat zocken. Aber irgendwie für die Streams finde ich die immer ein bisschen langweilig. Ähm, da gebe ich dir halt auch komplett recht. Simulatoren sind, glaube ich, nicht gerade geeignet zum Streamen. Es sei denn, man ist halt wirklich ein sehr guter Streamer und Entertainer. Dann kommt es wahrscheinlich nicht nur aufs Spiel an, sondern auch auf die Person, die es halt spielt, sowieso. Aber gerade bei so eher Fadenspielen, die ein bisschen monoton sind, wäre das halt schon cool, wenn man halt richtig aus sich rausgeht, nicht nur von seinen Pickeln erzählt und mehr einfällt als, ja, ich habe heute eigentlich nicht viel gemacht. Es ist nämlich so schwierig. Kostet 14 Euro. Ja. Okay, das andere Spiel wäre Jurassic World Evolution 2 und ein anderes Spiel wäre Gold Rush The Game. Und zu guter Letzt hätten wir dann noch den Farm Simulator. Den haben wir ja schon angefangen. Farm Simulator würde ich jetzt sagen, das ist jetzt der 2019er, aber es kommt demnächst sowieso der 2022er raus oder halt der 22er. Und dann würde ich eventuell den spielen. Hast du nicht gerade gesagt, dass Simulatoren nicht so das Richtige sind und als Konsequenz nimmst du dann den Farm Simulator, weil das natürlich was ganz anderes ist? Kann ich jetzt nicht so ganz folgen, was du, wie deine Hintergedanken dabei sind? Da bin ich ein bisschen überfordert. Da hast du mich gerade abgehängt. Unter Community. Wartet mal, damit ich das hier richtig aufzähle. Da habt ihr dann eine Abstimmung. Da fällt mir gerade auf, wir haben heute den 11. Wir haben heute den 11. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ähm, na für mich. Ich jetzt auch nicht. Was ist an dem 11. so besonders? Kommt jeden Monat normalerweise einmal vor und das sieht schon wieder sehr skurril aus. Du solltest irgendwie was an deiner Frisur machen und am Rest am besten auch. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Hier ist es noch der 10. Deswegen, äh, Chunk, J, Church, wie auch immer das heißt. Äh, wenn es das letztere wäre, müsste ich mir halt dann, äh, äh, die, äh, das Spiel holen. Aber das wäre kein Thema. Die 15 Euro habe ich auch noch für das Spiel. Und, ja, ich habe echt viel Kohle ausgegeben in der letzten Zeit für Spiele. Also ich meine, Jurassic World hat wieder 60 Euro gekostet. Äh, dann, äh, der Farming Simulator und natürlich die Farming Simulator 22 habe ich mir extra geholt. Gas Station habe ich mir geholt. Und dann habe ich mir sogar die 100 Euro Version von Forza geholt. Also momentan habe ich echt drauf. Die 100 Version, 100 Euro Version von Forza. Und, äh, naja, Forza ist zumindest ein Meme geblieben, ne? Also, äh, damit bleibst du in Erinnerung. Das Geld war gut investiert. Aber das ist auch typisch Reini. Wenn es dir das volle Spiel für 60, 70 Euro gibt, wenn es irgendwelche Bonussachen gibt, das Geld muss rausgehauen werden. Da wird nie was zurückgelegt. Ein Umzug steht vor der Tür. Er muss gucken, was er mit dem Geld macht. Er muss es ein bisschen zusammenhalten. Aber trotzdem, es wird für irgendwelche Bonusinhalte rausgehauen. Naja, ich fände es schwierig, ich würde anders wirtschaften, aber ich bin zum Glück nicht er. Das ist richtig. Schau mal, wie du das am schlauesten anstellst. Wie gesagt, es steht alles im Community-Bereich. Jetzt ist es mal Kippe ausgegangen. Ähm, äh, mein Privatleben ist momentan, wie Huns, Hinz und Kunz. Äh, momentan ist echt, momentan geht echt alles drunter und drüber. Ähm, bitte. So viele Mullen, die bei ihm aus- und eingehen, das hätte ich gar nicht mehr dir von dir erwartet, Reini. Mein Gott. Beziehungstechnisch ist momentan alles ein riesiges Chaos. Äh, ich möchte nicht drüber reden. Das ist auf jeden Fall wieder ein riesiges Chaos, geht mit Tieres auf die Nüsse. Ist auch mal wieder extrem emotional, nervig für mich. Mein ganzes Leben ist irgendwie ein emotionales Chaos. Weiß auch nicht warum. Ähm. Ja, vielleicht solltest du dein Leben einfach mal strukturieren. Vielleicht auch einen strukturierenden Tagesablauf haben. Nicht immer bis 5 Uhr morgens wach sein alleine schon. Vielleicht auch regelmäßig arbeiten. Da bei der Arbeit soziale Kontakte pflegen. Generell soziale Kontakte pflegen. Allen Bekannten nicht vor den Kopf stoßen, dass sie nie wieder was mit einem zu tun haben wollen. Das alles würde wahrscheinlich deiner Psyche gut tun. Und dieser blöde Pickel, da geht man auf den Nerven. Boah, jetzt hör doch mit deinem blöden Pickel auf. Das interessiert mich nicht. Äh, lange hätte ich gar keinen Sinn. Ich schaue übrigens gar nur auf meinen Desktop und wundere mich, warum ich schon so viel Scheiß auf meinem Desktop liegen habe. Vor allem frage ich mich gerade immer. Du machst gerade einen Vlog. Jetzt erzähl was von deinem Tag und nicht vom Pickel und von deinem Desktop. Ja, warum soll es auf deinem Desktop auch anders aussehen als im Rest von deinem Haus? Warum ich hier eine Datei habe, die heißt Hamster. Ach so. Ja, das möchte ich auch gar nicht wissen. Die die armen Tiere. Gruselig. Einfach egal, was du erwähnst, es gibt eine Geschichte dahinter und da stellen sich direkt werden die Nackenhaare auf. Das war auf X-Hamster bezogen. Jetzt wird ja noch schlimmer. Hoffentlich ist es gleich vorbei. Erstmal noch subtil Werbung gemacht. Ich hoffe, dass mein Leben sich bis dahin wieder auf die Reihe kriegt und ähm, ich spoiler mal gerade, wenn du das nicht hören willst, Reini, hör nicht hin, es wird nicht besser. Äh, letzten Endes schauen wir mal, wie es am Ende dann weitergeht und tschüss, tschüss. Ja, das war's mal wieder. Reini, der Ärger mit seinen Zuschauern, die wieder nicht auf ihn hören wollen, die Ärger mit anderen YouTubern, die gar nichts mit ihm machen wollen, obwohl er ja so, so nett zu ihnen ist und natürlich das Problem mit dem Zocken, er weiß gar nicht, was er im Stream machen soll. Ja, das ist auch immer harte Arbeit. Naja, ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Es war auf jeden Fall unterhaltsam, wenn auch nicht viele Neuigkeiten dabei waren, aber so ist das manchmal. Wenn es euch gefallen hat, haut ein Like raus, gerne auch ein Abo und wenn ihr schon wieder vergessen haben solltet bei dem ganzen Geschwafel von mir, wo ihr hier eigentlich seid. Du heißt wie heißt Rüdiger, heißt du? Genau, ihr seid beim Rüdiger.